So, das ist gutes Frühstück. Sieht von Weitem ja ziemlich komantisch aus, wie man sie sieht. Aber jetzt werden wir die Pfanne mal hier sehen. Ne, aber wir können hier übernehmen. Wir sehen, ob das dann immer noch so interessant aussieht. So, schön Nutella. Ahhhh. Da. Schön, ne? Das ist Frühstück im Outback. Da kann es ja schon vergehen. So, schön. So, schön. So, schön. So, schön.